So, da sind wir und weiter geht es. Esgaro Altos. Das haben wir letztes Mal entdeckt, hier diesen Ort der Gnade. Jetzt erkunden wir mal das Gebiet hier ein bisschen. Habe ich mir gedacht. Was ist das für ein fettes Schloss? Der schläft da bestimmt und dann wird er gleich wach. Ruine von unter. Oder wird er wach, wenn ich das teilnehme. Das Item. Ofengesicht. Okay, einfach so ein Ofengesicht. Das Kegner. Okay, der wird irgendwie nicht wach, ne? Ich habe schon damit gerechnet, dass er jetzt wach wird. Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Ich wollte hier mal gucken, ob es irgendwie weiter geht. Wie kämpft er mit jemanden, ne? Okay. Der ist gut am Brennen, ne? Alter, der macht einen Eingriff auf uns. Was ist denn immer so dunkel? Der ist gut am Brennen. Der ist gut am Brennen. Der ist gut am Brennen. ja danke also wo fliegt er denn hin verlorene Kriegsanschwer jetzt ist er voll am schlafen ja 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 Keine Ahnung, hier ist irgendwie nichts, ne? Keine Ahnung, hier ist irgendwie ein. geht es aber irgendwie weiter hier hat uns jetzt bestimmt an tschüss angriff oh ein Ort der Gnade ganz versteckt hier oh der Gnade ist er weiter rein da sind wir denn jetzt hier da unten okay dann kommen wir bestimmt hier rüber oh hier geht es nicht weiter ja tschüss rüber gesprungen wo geht es denn hier lang überall diese Kreaturen Ort der Gnade da unten Ort der Gnade Ort der Gnade ich kann den nicht aktivieren weil er Gegner sind ja ja ich bin tot ja habt ihr es jetzt bald oh der Gnade das kann man jetzt auch nochmal erhöhen 11 7 ist hier weiter runter eigentlich will ich das auch nochmal angucken runter hier oder es geht runter nein 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 wieso ist das denn so dunkel ja Das war's. Okay, da sind ein paar Vögelchen. Okay, jetzt auf einmal. Ich werde mein inneres Gleichgewicht unter dem Wasserfall. Okay, da geht's auch noch runter. Oh mein Gott, da geht's runter. Kommen wir da wieder hoch? Gar nicht, oder was? Ja, wir gehen mal gucken. Siegel? Ein Blattsiegel. Könnte ein bisschen zu hoch sein. Dazu Wasserfall vielleicht. Okay. 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 Ach im Wasserfall, aber welchen Wasserfall jetzt hier oder? Jetzt kann ich mehr, wo ich bin. Ach, wir sind von da oben drüber gesprungen. Trockenblatt, Robert, Trockenblatt, aha, die Rüstung. Das ist der Hinweis. Hinter dem Wasserfall geht es nicht rein und das war jetzt hinter dem Wasserfall. Aber das sind die Stufen, die wir da oben gesehen haben. Gut sein, ne? Ach komm, als ob du da jetzt davon gestorben bist, echt. Das ist der Hinweis. Aber ich glaube, es ist das Salbe, ne? Ich will das mal testen. Ach nein, 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 nein. Puh, sei. Das ist der Hinweis. Das ist der Hinweis. Schönex das war doch hier, wir sind doch hier gestorben siehste, das ist genau dasselbe weg so ist irgendwie unten angekommen jetzt geht es hier noch, da gibt es noch diesen bereich erst mal gucken waren wir doch schon mal klar wir waren nur, ich weiß es nicht mehr ich weiß es nicht mehr Hier ist definitiv Ende. Oh, was ist das denn jetzt? Ein Wildschwein. Ein Wildschwein. Da geht es noch weiter runter. Was ist das denn? Da geht es weiter runter. Oh nein. Oh, tschüss. Da geht es ja nicht runter. Das sieht schon ein bisschen komisch aus. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Was musst du da runter? Hier nicht. Wieso springt der hier mal in den Enken? Wieso springt der hier mal in den Enken? Da geht es runter, alter Verwaltung. Da geht es runter. Das sieht mir schon ein bisschen zu hoch aus. Ich brauche eine Pause. Bis gleich, ciao. So, ich habe es geschafft, hier runter zu kommen. Und direkt werde ich hier angegriffen. Alter, was macht der jetzt für ein Schaden, ey? Blutverlust, ey. Es ist immer nur dunkel und es regnet immer. So, wo sind wir jetzt angekommen? Hier unten irgendwo in diesem Bereich. Alter. Hier mal hier auch nochmal gucken. Was ist das? Dunkel-Licht-Katakon. Okay. Hier. Einfach nur so ein Ort der Gnade. Okay. Es geht weit tief runter. Okay. 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 Ich will mal draußen gucken, ob da noch irgendwie was ist. Ich gehe mal direkt hier rein. Das ist ja nicht groß, das ist ja nur dieses Stück hier. Hier runter gekommen. Einfach nur Abgrund. Okay. Hier gibt es nichts. Oh, dann machen wir hier eine Pause. Ich sage danke und es gibt gleich weiter. Ciao.